So, jetzt haben wir ja den lustigen Trick, das wir mit Luigi, nein wir greifen die Säule an und okay, das war schlecht, ach Mensch, was macht der denn da, so, jetzt machen wir nochmal eine Bruderattacke auf ihn natürlich, auf den Felsstrahler, ja stimmt, der heißt Felsstrahler, irgendwie macht es dann jetzt doch Sinn, so und Luigi macht die dusseligen Pfeiler da kaputt und hepp hepp, so und dann nochmal eine Bruderattacke, natürlich nochmal die Platsch, Brüder, auf den dusseligen Felsstrahler, in der Hoffnung, dass er jetzt gleich irgendwann mal den, ja, man muss immer erst schimpfen, er gibt den Geist auf und wir kriegen einen One-Up-Pilz, ihr habt die Prüfung gestanden, nun stellt euch neuen Abenteuern, was passiert jetzt, ah, ein Weg offenbart sich uns, so, was ist denn hier noch großartig los, äh, erstmal nichts, so, kommen wir natürlich nicht hoch ohne den Supersprung und jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung müssen wir, gehen wir erstmal hier lang, hier passiert nichts, außer, dass wir, jetzt müssten wir doch eigentlich hier rüberfliegen können, genau, an Sirup, so, und wieder hoch und da müssten wir hier auch, da geht es gleich weiter, ähm, wenn wir nicht runterfallen, natürlich nur dann, aber hier können wir jetzt auch wieder erstmal zu dem Fragezeichen springen und über den Pilz kriegen, so, ich speichere nochmal eben ganz flott, ja, wir sind immer noch vor dem Felsstrahler, aber, na, nach dem Felsstrahler, ist vor dem Felsstrahler, so, dann wollen wir jetzt mal den tatsächlichen Weg beschreiten, um das Gra-Ha-Ha-Nit, das wir ja immer noch suchen, äh, zu holen und hier ist nochmal ein Ereignisblock und da passiert oben irgendwas, ja, da gibt's auf einmal Wasser, wo für das gut ist, äh, werden wir wohl noch erfahren, so, und, oh, wir haben einen Rex, wir greifen einen Rex an, wir haben ihn geplättet, ein bisschen zumindest, wir greifen ihn nochmal an, ha, nochmal ein bisschen geplättet und wir haben ihn platt gemacht, schöne Wortwahl in dem Beispiel, äh, geplättet und dann platt gemacht, ja, aber so, das ist halt die Natur der, der Rexe und alles klar, da müssen wir später hin mit dem Wasser, äh, gucken wir mal, ob wir das jetzt schon schaffen, ähm, ähm, und tatsächlich schaffen wir es nicht, weil dort die spitzen Felsen sind, aber das, äh, macht erstmal, was mache ich hier, macht erstmal nichts, okay, wir wurden gerade angegriffen von einem Knochen, drrr, den wir jetzt, äh, zuerst an den Kragen gehen, so, und kaputt ist er, nein, das war der falsche Knopf, nein, das war der zu späte Knopf, und ein bisschen einstampfen, so, dann stampfen wir den anderen noch ein bisschen, und ein, oh, jetzt machen wir den einen kaputt, und, äh, nein, das war schon wieder zu spät, jetzt ist er ganz klein, und jetzt ist er nicht kaputt, jetzt ist er, mein Gott, er hält aber auch was aus, ja, toll, jetzt hätten wir die, äh, elf Scheinensbücher aber auch nicht mehr, Mario kriegt ein Level ab, sehr gut, das freut mich doch, ähm, ja, und jetzt, ähm, kriegt er, seht ihr, wie süß er wackelt, so, jetzt kriegt er einen HP-Bohnen, also einen Herzpunkte-Bonus, wenn ich nicht immer so viel Pilze verschwenden muss, so, das heißt, wir hüpfen jetzt mal hier rüber, aber hier kommen wir nicht rüber, das heißt, wir müssen tatsächlich es irgendwie schaffen, hier rüber zu kommen, äh, ich probiere jetzt mal was wakalsiges, okay, das hat nicht funktioniert, okay, das war der falsche Knopf, definitiv, so, so, jetzt hier ein Stück hoch, und fliegen, tröpfen, tröpfen, kann ich beim Fliegen nicht die Richtung, weil, doch kann ich, das wäre nämlich jetzt die Idee des Tages, also hier hin, und dann, genau, hier hinfliegen, so, Mario, sag dich voll, und jetzt heißt es hier hinten lang, und jetzt sind wir hier, plump, und jetzt können wir auch hier das Feuer ausspucken, ich weiß nicht, warum man dafür erst Unmengen trinken muss, um es wieder auszuspucken, normale Menschen würden das Feuer auspinkeln, so, genau, da, gib uns den Wirbelwind, so, meine Güte, ist das ein, äh, das wollte ich doch gar nicht, tauschen mal bitte, so, und, in die Richtung wollen wir, also, wollten wir, meine Güte, ja, das ist aber auch leicht, hier runterzufallen, wenn man nicht so hundertprozentig erkennt, wo es hier lang geht, so, hier geht es nämlich jetzt lang, und wir bekommen nochmal einen Sirup, und machen uns weiter auf den Weg in Richtung, äh, Gipfel, ja, natürlich habe ich ihn nicht getroffen, sondern bin einfach von ihm attackiert worden, ach, scheinbar kann man den nicht vernünftig ausweichen, oder ich bin nur einfach zu doof, was ich jetzt nicht zwingend ausschließen möchte, und damit das mal gesagt ist, so, ja, ihr habt es gehört, Mario ist tot, so, und jetzt könnt ihr, kommt ihr in den Genuss eines One-Up-Pilzes, und Mund auf, ha, da ist er wieder, dadam, dadam, großartige Animation, ich bin tatsächlich zu gut, aber, dann machen wir ihn halt klein, dann kann man ihm besser ausweichen, na, okay, nicht richtig getroffen, so, jawohl, so, und Luigi ist nun auch auf Level-Up, auf Level-Up, wo soll ich, so, er kriegt einen automatischen Bonus von 2 auf Angriff, er kriegt von mir nochmal einen, weil er immer noch viel zu, warum kriegt er immer nur einen Bonus von 1, was soll denn das, einen Bonus von 3, der hätte mir jetzt gut getan, na gut, aber er hat insgesamt jetzt schon mal 3 mehr, mal gucken, was er draus macht, na, 5, das ist doch schon mal eine Zahl, mit der man arbeiten kann, 7, mit Michael getroffen, 6, ah, ja, es hängt natürlich auch ganz, ganz viel vom Gegner ab, das, ach, guck mal, da haben wir den Mon-Up-Pilz wieder, sehr schön, sehr schön, sehr schön, ja, und ich glaube, anhand des Schattens, wissen wir jetzt alle, was kommt, wir müssen den Wirbelwind treffen, wenn er hier ist, und rauskommen, wenn er auf der anderen Seite ist, so ungefähr, so schwer war das jetzt nicht, wie ursprünglich gedacht, ich hätte da jetzt, tatsächlich mit Fieserem gerechnet, okay, da ist wieder ein Wirbel, der durch die Gegend eiert, ähm, Nein, ja, hüpp, tauscht, so, na, das hat ja gut funktioniert, ja, natürlich, äh, kommt jetzt 8 Uhr, äh, es sind aber einiges an Gegnern, so, erstmal die Hexe kleiner machen, damit man ihn besser ausweichen kann, ja, damit man ihn besser ausweichen kann, ähm, habe ich gerade demonstriert, wie es nicht geht, aber generell sind wir ja, prinzipiell dazu in der Lage, ähm, Angreifern auszureichen, so, oh, so, und kaputt, so, wir haben schon ja seine, dösige Bohnen bekommen, so, ich glaube, ich weiß es, ha, 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 das war nicht ein großartiger Trick, war, so, so, Pilz, und dann Sirup, so, so, jetzt müssen wir hier lang, macht es zumindest Sinn, ähm, ja, wer sich fragt, was ich gerade gemacht habe, ich habe einfach links und rechts gedrückt, so, wir kommen hier, oh, wir sind an der Bergspitze, da ist ein Speicherpunkt, und da geht es zum Grahanid, also, glaube ich auf jeden Fall, das ist nämlich der Flugosaus, so, aber, wir machen jetzt, äh, einmal hier, Stopp, wir speichern, an einem Punkt von, ja, wir sind am Lachberggipfel, genau, wir sind bei zwei Stunden zwei, und, ähm, ja, 289, wir machen jetzt Schluss, ich habe nämlich gleich, ähm, tatsächlich noch einen Termin im echten Leben, äh, ja, ich freue mich, äh, wenn es weitergeht, ich bin gerade selber gespannt, wie es weitergeht, weil ich das Spiel selber nicht viel weiter, als bis hier gespielt habe, ich weiß gerade auch nicht mehr, was, Game Boy Advance ist ja nun mal auch schon ein paar Tage her, ja, ähm, bis zum nächsten Mal, adieu.